hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute im video möchte ich euch zeigen von der aussaat bis zur ernte wie man erbsen anbauen kann in meinem fall haben wir hier schalen erbsen ja und ich mache es etwas anders als viele andere vielleicht ich ziehe meine erbsen nämlich einmal hier vorunter glas sozusagen also bei mir auf dem fensterbrett warum mache ich das ganze ganz einfach wir haben draußen noch gefrorenen boden oder wenn auch zum beispiel die schneedecke auf dem boden liegt dann kann es sinn machen die erbsen nicht direkt auszusehen sondern das einfach dann schon mal gute zwei bis knapp drei wochen vorher zu machen bevor man die erbsen dann schlussendlich dann auch im gartenbeet irgendwo auspflanzt ja so ist es in meinem fall das macht man dann in der regel ende februar anfang märz wo man das vorzieht und das werde ich euch jetzt einmal zeigen das ist quasi der anfang im video und zum schluss wenn alles gut geht könnt ihr sehen wie ich die erbsen dann auch hier in dem video ernte zwischendurch gebe ich euch immer mal wieder ein update wie sich die pflanze entwickelt hat ihr bekommt wichtige pflegehinweise wie man erbsen dann auch richtig anbaut wenn euch das gefällt könnt ihr an der stelle gerne daumen nach oben da lassen und vergesst auch nicht meinen youtube kanal zu abonnieren wenn ihr weitere solche videos sehen wollt und das ganze ist für euch auch kostenlos und ihr unterstützt mich damit auch wahnsinnig um auch weiterhin diese videos hier auf youtube für euch machen zu können ja hier könnt ihr die erbsen sehen die ich jetzt einpflanze das ist sozusagen dann der samen und hier habe ich meine anzuchtschale da ist selbstgemachte anzuchterde drin wenn ihr sehen oder wissen wollt wie das geht man muss da nicht unbedingt eine kaufen da kann man ein bisschen geld sparen und gleichzeitig auch die umwelt entlasten dann schaut euch das video mal an hier oben da zeige ich euch wie man anzuchterde ganz einfach aus dem garten selber machen kann ja was ist jetzt wichtig zu wissen also ungefähr zwei bis drei wochen dauert es bis die gekeimt haben dann die saattiefe wenn ihr es jetzt draußen aussieht sind drei bis vier zentimeter hauptsächlich um vor vogelfraß zu schützen das heißt dass die vögel euch das nicht ausbuddeln bevor da überhaupt irgendwo was passiert und ich mache jetzt hier in meinem fall einfach mal zack sechs von diesen erbsen rein die anzuchterde habe ich vorher angefeuchtet und wir brauchen jetzt keine warmtemperaturen so her sechs bis acht grad zehn grad um den dreh rum reichen aus und dann dauert es wie gesagt zwei bis knapp drei wochen bis unsere erbsen hier angefangen haben zu keimen länger sollte das nicht dauern und dann behalten wir die auch gar nicht so lange drin dann hat sich wahrscheinlich das wetter draußen auch gebessert dass wir die dann auch relativ zügig raus in den garten pflanzen können ich feuchte trotzdem jetzt die erde noch mal an die sollte natürlich jetzt auch nicht austrocknen sondern gleichmäßig leicht feucht gehalten werden aber auch nicht zu nass nur staunässe brauchen wir nicht wir wollen ja nicht dass uns das alles wegschimmelt und jetzt suchen wir uns einfach einen ort wo es hell ist und wo wir um die zehn grad temperatur haben das heißt es muss jetzt hier nicht das warme fensterbrett auf dem südfenster sein sondern die erbsen keimen dann halt auch bei etwas kälterer temperatur wenn man ein bisschen platzproblem hat ist es mal denke ich ganz wichtig auch zu wissen dass nicht alles ans südfenster muss die erbsen sind es in dem fall nicht ja im prinzip haben wir jetzt erstmal alles getan wir können nur abwarten und wenn die erbsen gekeimt haben seht ihr das hier gleich im video und dann sage ich euch auch wie lange das bei mir in meinem fall gedauert hat es hat jetzt zweieinhalb wochen gedauert und hier könnt ihr sehen die erbsen haben gekeimt drei sind schon eindeutig zu erkennen ich hoffe und ich denke es kommen noch ein paar dazu aber zweieinhalb wochen hat es gedauert ich habe die erde wie man sehen kann gleichmäßig leicht feucht gehalten natürlich nicht zu nass so dass es auch nicht schimmelt und jetzt warten wir mal ab und das wetter draußen ist jetzt auch besser geworden das heißt ich ziehe die pflanzen jetzt hier erstmal ein bisschen kräftig vor und dann geht es auch schon bald nach draußen ja ich pflanze jetzt die erbsen ein wir haben anfang april jetzt haben wir hier keine schneedecke mehr der boden ist auch nicht gefroren das bete ist vorbereitet und jetzt geht es raus so sehen jetzt die vorgezogenen jahr jungpflanzen von erbsen aus und ich habe jetzt hier einfach mit der hand immer so ein kleines loch ausgehoben wurde das ganze jetzt hier ein ja wichtig acht zentimeter ungefähr zwischen den pflanzen freilassen wenn ihr eine neue reihe anfangt dann 30 zentimeter freilassen damit sich die erbsen dann auch nicht entfalten und wachsen können das ist also ganz ganz wichtig ich werde jetzt meine erbsen hier einpflanzen und dann sehe ich mir gleich noch mal ein paar direkt aus saattiefe sind dann drei bis vier zentimeter um sie vor vogelfraß auch zu schützen das ist ganz wichtig deshalb ein bisschen tiefer setzen und auch hier gilt dann natürlich wieder acht zentimeter zwischen den pflanzen und 30 zentimeter zwischen der reihe bei der direkt aussaat ich pflanze das jetzt alles ein und dann wird das noch mal angegossen und dann könnt ihr hier im video sehen wie es weitergeht ja schaut mal hier bei den erbsen die ersten erbsen haben sich hier gebildet da könnt ihr sehen sind jetzt natürlich noch nicht reif für die ernte das ganze ist noch zu mickrig auch die pflanzen selbst haben noch gar nicht so großartig zugelegt aber es war auch immer noch relativ kalt jetzt haben wir so die ersten schönen sonnigen tage gehabt auch viel niederschlag also ideale bedingungen erst mal aber aktuell kann man sehen es geht voran die ersten erbsen auch bei den anderen pflanzen haben sich bereits entwickelt ja wir kommen zum nächsten update bzw wir können ernten schaut mal hier da haben sich jetzt schon schöne schoten gebildet die wir tatsächlich ernten können mit erbsen ja sobald die sich gebildet haben und je eher man sie erntet desto besser schmecken sie auch deshalb wartet nicht zu lange ich habe es hier in einem teil gemacht das kann ich euch gerne mal zeigen da knüpfe ich die einfach mal ein bisschen ab da wird das ganze schon ich weiß nicht ob man es über die kamera sehen kann leicht gelblich das ist dann ein bisschen zu lange erntet sie einfach ja wenn sie da sind wenn sie ungefähr auch so diese größe erreicht haben und dann können die erbsen geerntet werden bei mir ist es hier zu weit in der regel ist das drei monate nach der aussaat wir sind jetzt hier im juni und von daher sind wir da auch genau richtig in der zeit ja schauen wir uns einfach mal an ich mache mal so eine schote hier auf und dann können wir uns die einzelnen erbsen anschauen ich habe jetzt tatsächlich die genommen die eigentlich schon ein bisschen drüber waren aber wenn das ganze mal aufmachen sieht es auch wirklich sehr sehr schön und gut aus also kann man gar nicht meckern auch die kann man natürlich noch essen sie schmecken halt einfach ja viel besser wenn man es früher erntet wenn man nicht zu lange wartet aber das bedeutet natürlich nicht dass sie ungenießbar sind wenn man ein oder zwei tage zu lange wartet ja was habe ich jetzt bei der pflege hier gemacht gedüngt habe ich das ganze mit kompostwasser alle zwei bis drei wochen gar nicht so häufig muss ich sagen wenn es trocken war längere zeit habe ich alle zwei drei tage mal gegossen ansonsten hat das oft aber auch der niederschlag geregelt vor allem in den ja im monat zum beispiel da hat es dann doch noch etwas mehr geregelt jetzt im juni musste ich schon mal häufiger zur gießkanne greifen weil es sehr heiß und trocken auch war über eine längere zeit und dann habe ich natürlich auch gegossen ansonsten habe ich die pflanzen großteils sich selbst überlassen ich habe da nichts geschnitten nichts rausgezogen ich habe jetzt einfach nur gewartet bis ich hier diese schoten mit den erbsen bilden und ja habt ihr jetzt geerntet und damit sind wir dann auch zum ende des videos von der aussaat bis zur ernte habt ihr alles gesehen die ernte war erfolgreich ich werde auch nach und nach noch ernten können es bilden sich ja auch noch kleinere schoten jetzt erst mal ein bisschen größer werden und so kann ich dann auch noch immer etwas längeren zeitraum an meinen pflanzen hier ernten ja ich hoffe das video hat euch gefallen vor allem auch weitergeholfen wenn ja lasst gerne daumen nach oben da abonniert gern hier meinen youtube kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten video wieder macht's gut bis dann